Weihnachten machen wir bei uns in der Familie auch immer Schrottwickeln. Oh, das ist super. Da kann ich mein iPhone 14 pro Max 1TB endlich loswerden. Ich hole mir direkt das Neueste. Aber das ist doch das Neueste. Ja, aber ich wollte es je in einer anderen Farbe. Das passt schon. Als kleiner Bub habe ich das nicht verstanden, warum man sagt, Zeit ist Geld. Und dann hat es der Vater mir erklärt. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn der Zeiger sich so ein Stück bewegt, verdient unsere Familie 10.000 Euro steuerfrei. Zeit ist Geld. Zumindest bei uns. Vati, gut, dass ich dich erwische. Du, ich hatte gerade eine kleine Idee, was du mir zu Weihnachten schenken könntest. Einen Mont Blanc? Nein, nicht den Stift, den habe ich doch schon. Den Berg. Er hat mich eine Enttäuschung genannt. Das sage ich der Mama. Der Leiblichen und der Stiefmama. Und der Sekretärin. Also der Stiefmama. Und der Leiblichen und der Stiefmama. Und der Stiefmama. Vielen Dank.